Willkommen zu einem weiteren First Look von... ...Quant... Ich kann ihn einfach nicht ausfallen, also... Tja nun, willkommen zu einem weiteren First Look, hier ist der Crazies Video. Ich lade hier noch einen zweiten First Look, werde ich heute hochladen. Aber mehr dazu später ist immer mit Karaoke und ja... Also wenn ihr Musik mögt, hehehe. Tja nun, das ist ein weiterer First Look, ich hatte ja... Der nächste First Look war ja mit Uplay. Nun, hier, was ist das für ein Software? Tja, es geht um Animes. Ihr kennt ja den Anime-Gucker, der guckt auch Animes und tja... Da kann man auch Animes angucken. Tja und das möchte ich euch hier in 10 oder 20 Minuten da... Euch mal durchführen, was es für Animes gibt und so weiter, tja. Und der nächste First Look seht ihr dann. Also, tja... Bald, wenn das heruntergeladen wird, das lädt gerade hoch, herunter und tja. So, nun werden gerade die Updates installiert, nun... Tja, das ist dann mal der First Look, ich hab's ja... Ich hab gar nicht geplant, ich hätte lieber einmal ankündigen sollen. Und... Ankündigen wollen ja heute einen First Look kommen, aber... Nun kommen zufällig... Zwei First Looks, werdet ihr dann auch hochladen, damit haben wir dann... Drei First Looks live, wenn ich weitere Anwendungen finde... Aber kosten ja auch... Dann werdet ihr weitere First Looks machen. Mhm, weitere First Looks. Ich könnte von Remy Legends die Challenge App herunterladen und da der First Look machen, aber... Und dann habe ich ja... Ja, ein Display und ja... Da die Challenge App herunterladen... Hm... Weiß ich nicht, ob ich das machen werde... Aber... Es ist diesen kleinen First Look... Also, tja, ich werde dann selber für First Looks noch kommen. Für dann noch ein Spiel, das sind die letzten... Anwendungen... Und tja... Und dann kann irgendwie... Ah, da hängt nicht auf... Und tja, also... Ein weiterer First Look... Ihr habt so lange auf der First Look gewartet... Und tja... Am weiteren... Und das ist der nächste First Look... Also, tja... So, wir werden da kurz reingucken, was das genau ist... Ich weiß jetzt auch nicht... Was das genau ist... Und tja... Quanzi... Tja... Also, tja... Einmal erfasst... Da kann man Animes dann gucken... Und dann werden wir den Animes gucken... Und tja... Da muss man ein Konto... Da muss man ein Konto erst mal errichten... Aber mal schauen... So, nett gerade... So, hier haben wir die ganzen Animes... Ich werde die keinen natürlich angucken... Es gibt Naruto... Dann... 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 Der Tempant auf Sister New... Da... Der Bellen World... Trigger, also Trigger... verdanken. Shintama gibt es, The Perfect Insight, Ace of the Diamond, Ushio and Tohra, Fort War, Sugikikyo no Soma und weitere Animes. Da sind keine bekannte Animes dabei, aber nur für Anime-Liebhaber. Also es gibt ja nur Simo Kastis, mhm, also tja, ist eh kein Ge- Aktualisiert, Naruto kennt ihr ja, der Gesellte-V-Seihe, und tja, mhm, Alphabetes und Viertel-Tage-Probe-Abo kann man da mal, also tja, es sind halt so Animes, da könnt ihr dann ruhig herumstöbern, und tja, wie ihr mir die nicht anzugucken, hm, am Probe-Abo nicht, hm, und tja, also tja, da könnt ihr ruhig zurebern, und tja, also, tja, ich weiß gar nicht anzugucken, also tja, es geht auch 12, achso, da ist aber 12 vorwärts, hm, hm, und tja, also, ihr könnt ruhig herumzimmern, weil Fazit ist mal, das ist ein cooler Feature, Anime-Sandzugucken, weil gucke ich mir den Anime-Gucker, wenn der übernachtet mal an, und tja, also, der war jetzt nochmal der First Look, wenn euch der First Look gefallen hat, das ist natürlich kurz, würden wir über eure Daumen hoch freuen, und wir sehen uns dann in einer der kommenden Folgen wieder, also, bis dahin, eine wunderbare Zeit, und tja, euer Crazy Schmied.